Ok Gut, also ich hätte wirklich mit dieser Mission beginnen sollen Ups Riggs, du kannst nicht alle stoppen. Positionswechsel Bestätigt. Ich rücke ab Scheiße Okay Go, 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 Sam Kriegen wir das hin, Mann Schicke sie eine Abkürzung zur Polizeistation auf dein Offset Verstanden Ach Gott Ich wollte den Kopf treffen Oh, jetzt aber Schluss jetzt hier Okay, hier funktioniert das nur einmal Ach, oh, hier Ja, ich hätte den auch so ausschalten können Ich hätte gar nicht schießen müssen Ich hätte den wahrscheinlich jetzt auch so umhauen können Okay Ihr alle, verteilt euch und sucht Springe über Kanten und benutze die Ja So viel dazu Das kriegen wir hin Schön ruhig bleiben Kann kein Krach jetzt gebrauchen hier Bin bei der Arbeit Ähm Hab ich die Tür aufgelassen? Bereit gesichert Verschaffst Hörst du mich? Okay Wo bist du jetzt hin, mein Freund? Siehst du nicht, dass dein Coupan hier Da liegt und sich nicht mehr rührt? Fuck, ich komme noch nicht so rüber Mann, ausgefallen Alarm Alter So, ruhig bleiben Wenn ich schon daneben schieße, muss ich dich auch so auslocken Mir gefällt diese Betäubungswaffe Definitiv Oh, da ist noch irgendwo einer Oh, da oben ist noch einer Oh, 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 den hab ich nicht gesehen Muss ich gucken, wo bewegt er sich Okay, so, komm schon So, jetzt so gut Ah, bis jetzt läuft's Äh, nee Fältsch, so Komm schon Go, go, go Sam, da ist jemand der ganz oben auf Langley's Fahndungsliste steht Wenn du ihn festzetzt, lass ich ihn abholen Was willst du mir für Coupan geben? Person gesichert Behörden wurden informiert Sehr gut Momentan läuft's Geh runter auf Straßenhöhe Okay Es wäre der Nacht, Freunde Schnauze Scheint nur einer zu sein Komme ich von hier aus weiter? Okay, hier muss ich wieder rein Ey, bleib doch mal stehen Alter Kumpel Komm ans Fenster, guck mal raus Naja, das war ich Komm mal her Das mit den Gegnern verstecken Muss ich auch noch üben Das ist eigentlich auch Sehr, sehr angebracht in dem Spiel Mach ich bis jetzt überhaupt nicht Und so werden sie natürlich auf mich aufmerksam Komm mal her jetzt Komm mal das Fenster hier Zu mir Hopp, bei Fuß Komm So ist brav So ist brav Komm her Da los Ja komm So ist brav Du bist ja jung Gut erkannt Komm her Aber dass der mich jetzt nicht gesehen hat Ne, das war echt Dusel Okay Okay Now don't come here Komm schon, komm schon, komm schon Okay Sehr gut Uh Schnauze Das war jetzt nicht geplant Das war jetzt ein Außerplanmäßiger Fall Das war jetzt nicht gut Aber ich glaube Ich glaube er konnte sie nicht warnen Okay Da ist einer Okay Aber mehr als einen Sehe ich leider nicht Das ist das Problem Ich weiß nicht wo der jetzt hin ist Ich glaube ich muss eh da durch Sehr gut Finde ich gut von dir mein Freund Sam Sam ich wollte dass du eigentlich Die Tür hier Genau Nein Oh Gott So genau Guter Junge Ah okay Ah wo lang jetzt Hm Okay ich glaube es geht hier nur nach unten Wachhunde können deine Spur riechen und dich verfolgen Geh ihn aus dem Weg Ja Okay mit den Hunden durfte ich ja schon unfreiwillig Bekanntschaft machen Deswegen habe ich auch nicht vor Ihn über den Weg zu laufen Ja ja Lass mich auch Oh nein Ist das nur einer Ich liebe Hunde aber Du bist mir echt ein Dorn im Auge Nein Lass den Kopf da Ich will es Kurz einen Schmerz Lass mal Nein dann vergiss es Dann eben mit Schmerzen Vorsicht Sam Die Polizeistation ist gleich um die Ecke Verstanden Riggs Statusbericht Bin fast da Hab ein Dach 200 Meter südlich der Polizeistation ausgemacht Mit Blick auf das Gelände und die Straße Geh ihn ausgemacht Okay Und hier haben wir auch einen Speicherpunkt Da ist ein Rohr Verwende Haftgeräusch um Wachhunde und andere Gegner vorzulockern Okay Kann ich hier wohl? Nein Okay, 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 okay Ja Ja Hm Äh, wieso hört der da nicht drauf? Uncool Scheiße Es hätte ja auch gut gehen können Sorry kleiner Wuff Wuff Oh, das war ein Headshot in letzter Sekunde Nein, nein Nein, nein, bin ich gar nicht Naja, gut Jetzt muss ich mich halt doch mal durchballern Sorry Ging noch ganz gut eine Weile mit dem Stealth Was ist er denn jetzt? Den Stealth-Fan Okay, Sam Komm schon, erhol dich Komm schon, Sam Ich brauch dich Bei voller Gesundheit Sehr gut Sehr gut Geht mit mir Wir kommen da nicht rein Bis zum nächsten Mal mal Untertitelung des ZDF für funk, 2017